Herzlich willkommen zu dein bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von TENS, EMS-Geräten aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eines der Geräte bestellen? Schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir das Beura EM49 Digital. Es verfügt über zwei getrennt regelbare Kanäle und vier Klebeelektroden. Das bedeutet, du kannst zwei verschiedene Bereiche deines Körpers gleichzeitig behandeln und die Intensität individuell anpassen. Das ist großartig, um gezielt Schmerzen oder Verspannungen anzugehen. Mit zwölf vorprogrammierten und drei individualisierbaren TENS- und EMS-Anwendungen bietet dieses Gerät eine breite Palette an Optionen. Ob du Schmerzen lindern, Muskeln aufbauen oder einfach nur entspannen möchtest, hier ist für jeden etwas dabei. Das EM Digital verfügt über 20 vorprogrammierte Massageprogramme, die Verspannungen lösen und dein Wohlbefinden steigern können. Das ist wie eine kleine Wellness-Oase in deinem eigenen Zuhause. Die Doctors' Function speichert individuelle Einstellungen deines Therapieprogramms, sodass du sie jederzeit wieder aufrufen kannst. Das macht die Anwendung noch einfacher und bequemer. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du das Gerät auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir das Medisana-TENS-Gerät. Du kannst es an verschiedenen Körperregionen anwenden, von deinem Nacken bis zu deinen Füßen und Gelenken. Das bedeutet, dass du es vielseitig einsetzen kannst, um genau die Stellen zu behandeln, die dir Sorgen bereiten. Ein weiterer großer Pluspunkt ist, dass es dir die Wahl aus drei Massageprogrammen gibt. Kneten, Reiben und Klopfen. Du kannst die Therapie also nach deinen eigenen Vorlieben anpassen und dich wirklich wohlfühlen. Mit 60 Programmen, 41 Vorprogrammen und 19 anpassbaren TENS, EMS und Massageprogrammen bietet dieses Gerät ein umfassendes Therapie- oder Trainingserlebnis. Du kannst es also genau auf deine Bedürfnisse zuschneiden und die bestmögliche Behandlung erhalten. Und das Beste daran? Es ist super benutzerfreundlich. Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für optimale Lesbarkeit und du kannst es ganz einfach mit einem USB-Kabel aufladen, da es über einen integrierten Akku verfügt. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, das Beurer EM 59 HEAT, vorstellen. Dieses Gerät verwendet die transkutane elektrische Nervenstimulation, kurz TENS, um direkt an der schmerzenden Stelle zu wirken. Das bedeutet, dass du gezielte Schmerzlinderung erhältst, wo du sie am meisten benötigst. Du kannst das EM HEAT auch zur Massage verwenden. Mit insgesamt 64 vorprogrammierten Anwendungen im Bereich EMS, TINIS und Massage steht dir eine breite Palette zur Verfügung. Du kannst sogar Frequenz-, Pulsweite und die ON-SLASH-OFF-Zeit nach deinen eigenen Bedürfnissen programmieren. Aber das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist die Wärmefunktion. Die Elektroden haben ein integriertes Wärmepad, das deinen Körper zusätzlich entspannt und sogar parallel zu einem TENS-Programm genutzt werden kann. Und das Wichtigste ist, dass der Beurer sicher in der Anwendung ist. Es bietet eine Doctors' Function mit individualisierbaren Programmen, die genau auf dein persönliches Therapieprogramm abgestimmt werden können. So kannst du sicherstellen, dass du die beste Behandlung erhältst, die zu dir passt. Insgesamt bietet der Beurer EM 59 HEAT eine umfassende Lösung für Schmerzlinderung, Muskelstimulation und Entspannung. Wenn du nach einer Möglichkeit suchst, deine Schmerzen zu lindern oder deine Muskeln zu entspannen, ohne auf Medikamente zurückzugreifen, könnte dieses Gerät genau das Richtige für dich sein. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen TENS. EMS-Gerät.